Das wäre nicht meine Welt. Das wäre überhaupt nicht meine Welt. So, jetzt nehmen wir noch einmal einen Dungeon, füllen unsere Eintrachtsmallberg. Das ist tief, Alter. Schwierig. So, jetzt gehen wir noch einmal in den Dungeon rein, holen wir noch mal Zeug raus und schauen mal was der Lümmelberger aus den beiden Dingern macht, die ich da reingeballert habe, ob er da irgendwas draus macht oder nicht, weil er keinen Preis hat. Kann natürlich sein. Verkaufen unser Zeug, legen alles in Scheiße an und dann geht's ab. Ne mit. Geld. Geld, Geld, Geld. Hier, Bier, Bier, Bett, Bett, Bett. Geld, 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 Geld. Dumm, 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 dumm. Au. Hallo, Schleims. Was soll denn das? Herr Schleim. So, zack, zack, zack. Brauchen wir eigentlich nur noch diese, 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 diese grauen Ballen, ne? So, ist die andere Frage. Wir hatten noch einen Aufdrück, oder? Am neunten. Fünfmal so eine 3-Zellen-Batterie. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn macht, das überhaupt zu machen. Achso, hier ist schon ein Speck. Brauchbar nicht. Ja. Einfach so. Yo. Sehr schnieke. Sehr, 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 sehr schnieke. Zwei Stück. Wir brauchen ins Kampf sechs, glaub ich, ne? Jawollo. Find ich gut. Find ich gut. Find ich gut, mag ich. Beziehungsweise, meist bin ich so bis 3.30 Uhr wach. Und denke mir dann, die anderthalb Stunden klingelt eh der Wecker. Dann bleib ich halt wach. Wann schläfst du? Wann schläfst du momentan? Holy shit. Hopp. Au. War einmal gar nicht so intelligent von mir. Bamam, bam, 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 bam. Ja, komm. Ah! Wusste ich. Äh, what? Oh. Oh. Fählen und rein, ne? Ist schon, schon schön. Okay. Wenn da ist wirklich nur eins fehlt, ne? Da sind wir ja fast schon mit unserer Rüstung durch. Nämlich geiles. Hopp, 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 hopp. Na na, na na ni, na 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 na. Na 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 na... wird immer schätzen sowie mit 20 stunden über durch und dann haben wir halt auch schon irgendwie alles mitgemacht alle shops freigeschalten alle erweiterungen etc pp etc popor sehr gut heute werden wir nicht fertig das nicht aber ich denke mal so nächstes mal nächstes mal sollte ich ganz gut funktionieren ich habe noch gar kein damage bekommen ist das dein ernst dankeschön hallo ist das tut es ist ein scheiß ernst so zack zack jawoll sehr gut war letzte sehr schönes ding sehr schönes ding die hat die handschuhe immer noch dabei ja stimmt stimmt weil ich weil ich die sachen noch nicht reingelegt hat zum verkaufen deswegen einfach komplett verballert interessieren was wir da an geld rausbekommen für die handschuhe moment mal die handschuhe verkaufen wir schauen wir diesmal kurz vorher beim schmied vorbei das schaue ich aber diesmal vorher beim schmied vorbei wir sind neu so was sollten wir jetzt einfach zurückgehen ich weiß nicht dass wir jetzt einfach zurückgehen übrigen die kiste 1000 pro stück scheiß drauf neun tausende kommen dürften jetzt um die 45 bekommen 23 so wenig egal wenn wir jetzt zurückgehen würden wir machen es logisch wir machen es hier noch um die ebene suchen am besten noch den weg zum nevermind wir sind an der quelle und gehen jetzt zurück schauen wir einfach mal ob wir ja genau 60.000 fast perfekt nee die roten kristalle würde ich gern behalten weil ich muss meine meine ausrüstung auch noch aufrüsten oder upgraden nach dann und da habe ich glaube ich nicht genug auf auf tasche also die möchte ich nicht wegtun grad ich glaube ich habe nur noch irgendwie 12 oder 13 oder 14 oder 15 oder sowas ob das dann reicht keine ahnung jetzt war gerade der gedankengang sonst hätte sie weggetan ja so ja 839 kann mir vorstellen dass es nicht dass es nicht viel war oh ich habe ich habe noch gar keine gar kein zeug an die wand gehängt so längere öffnungszeiten ist sehr gut längere öffnungszeiten wo sind meine plätze wo ich was an die wand hängen kann nur hier unten um die fällig da zehn prozent mehr links und rechts ich sehe es gerade ja geschwindigkeit der besucher ist gut das finde ich ein bisschen antiklimatisch dass man das die ganzen sachen nicht alle aufhängen kann aber sonst noch irgendwas zum aufhängen zum hinstellen leider auch nicht hier kommt der kunde und bullshit drauf irgendwo gut dann würde ich sagen das ganze zeug doch passt so haben wir noch den jutsch der morgen auch noch kommt ne er kommt nicht morgen ach scheiß auf den ach komm wir hatten noch ein paar zwanzig okay das war vielleicht ein bisschen übervorsichtig so wir wollen noch beim schmied gucken was die handschuhe wert waren wenn wir sie selber schmieden 256.000 das weiß ich noch ziemlich genau heißt ich könnte die ich könnte mit 300.000 reinpacken mal bei den anderen handschuhen war es ja auch so das war sie mindestens das eingesetzte was sie raus bekommen haben bald ist valentinstag was ich brauche es nicht so wir packen hier oben die handschuhe anscheinend können wir irgendwas für über eine million verkaufen das sind wahrscheinlich dann die 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 letzten waffen oder sowas die wir uns gerade machen machen wollen so jetzt wird es interessant soll ich alles mal einfach für 10 reinhauen ich würde ich würde einfach alles für 10 reinpacken keine ahnung ich habe keine ahnung was das alles wert ist da wird es viel stumm geben ich weiß okay bei dem haben wir 800 auf 2 verdient also 400 dürfte eins wert sein das ist glaube ich nicht ich glaube ich noch nicht dran ich muss die kiste hier oben noch ausräumen das blunder können wir unten reinhauen kommt der typ für die batterie nicht heute nee am nächsten tag erst der kommt morgen erst was wird ihr mir geben 110.000 ich glaube nach wie vor das verkaufen kriegen wir sowieso mehr raus das ist dann einfach das macht einfach keinen sinn ne so den kann man auch noch weghauen da 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 einfach alles aus den alten Dungeons einfach weghauen alles egal so Schweißkanone Schweißkanone ist ein tolles Wort also was machen wir hier wir machen überall einfach 10 das ist nicht 10 einfach nur zum testen okay das wir müssen uns da sehr sehr hart annähern das sehe ich jetzt schon scheiße na also der erste Tag wird wahrscheinlich nicht so von Erfolg gegrünt werden deswegen können wir eigentlich sogar die 5 Batterien sogar noch rausnehmen wenn wir den zweiten Tag eh noch brauchen zu verkaufen wenn wir jetzt den ersten Tag eh nur ausprobieren dann brauchen wir eh noch den zweiten Tag und dann können wir das auch noch so machen so zack du warst ne du warst ne falscher Dungeon mein Freund die Kristalle für 600 nur das ist das ist das wird nicht schön das wird ein richtig beschissener Tag so plopp hey ja plopp mhm 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 zack die fünf bleiben da für den Typen für den Typen morgen mhm 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 hertz Wo bin ich? Nicht dumm? Ein bisschen vielleicht, nur minimal. So, das kann noch mit rein, das kann noch mit rein. Passt schon so. Gut. Ich würde Sachen vielleicht nicht doppelt ausstellen, die noch mit dem Preis unsicher bist. Passt schon so. Das wäre jetzt Micromanagement. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Okay, er ist wütend. Gut. Er ist wütend. Ich würde sagen, wenn jemand wütend ist, machen wir einfach mal gut die Hälfte runter. 300k ist zu viel. Das ist belastend. Scheiße. Also kann man sein Geld damit nicht verdienen. Okay, da ist wieder jemand wütend. Also kann ich wahrscheinlich überall hergehen und noch V5 runter machen. Ach shit. Okay, Bunsenbrenner sind auf jeden Fall mehr als 10.000. Gut zu wissen. Ach so, und auf einmal. Okay, das wird ein hektischer Tag. Das wird ein wahnsinnig hektischer Tag. Ach so, okay, okay. Das war ein Vogel. Komm nicht hinterher. Okay. Geht auch. Macht ihr mal euer Ding. Ja, okay, okay, okay. Das war zu viel. Ich komm nicht hinterher. Scheiße. War auch 5.000. Passt ja so. Wollen wir die hier noch rein? Haben wir da schon einen Preis? 10.000 war zu viel. Siehst du mal, ne? Abi, was passt. Wieso kam dann fucking Vogel rein? Ach so, okay. Ach so, da, 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 da. Äh. Bauen wir schon? 10.000 war zu günstig. Aahhh! 15 ist zu hoch Batterien waren 10 okay das ist schön das artet in Arbeit aus hier das artet komplett in Arbeit aus es ist nicht okay so er war verärgert habe ich gesehen denn die fünf Batterien sind oben in der Kiste die anderen das passt schon so da war einer verärgert wegen dem hier die Batterien funktionieren das ist schön dann noch irgendwie aufpassen dass das das kein das kein schmuler reinkommt nicht verhören ich habe nicht schmuler gesagt ich hab schmuler gesagt aber Batterien habe ich hinten zum verkaufen ich habe ansonsten habe ich alles hier vorne reingepackt also wenn es wenn es mal irgendwie die weg kommen sollte dann ist es überhaupt kein Act ich habe keine Übersicht mehr bedienen wir mal ein Zehner bedienen soll ich auch passt schon so ok nimmt sie aber trotzdem mit die Rolle ist sehr gut ich würde euch gerne bedienen aber das ist ja so langsam als ob wir hier noch schön 2000 raus weg was mit dir nein nein ich habe ja gedrückt scheiße ich sehe gerade hier oben ist kein Preis dran oder ach wenn kein Preis dran ist dann dann wird das gar nicht angeschaut das ist insane so beide für 10.000 wollen sie nicht oder ich habe echt eine Arbeit ausgabe ne was ist die los alle was teilnehmen die Welt nicht wo sind wir zu viele Leute enttäuscht ja macht ruhig warte hier ok da oben war irgendwie ok ok müssen wir sieben dann gut sein da auch noch immer noch mehr da 2000 ist zu viel das ist also ist es wieder schmutz hier toll was haben wir hier eigentlich es hat doch kein doch hat sie wahrscheinlich schon einer angeschaut ne hat sich vermutlich schon einer angeschaut so was haben wir hier für 2000 hat sich wenn auch noch verärgert also ist es wirklich nur schmutz oder was wait wenn ich das jetzt für 600 raushau hmm dann hat der andere Limmel vielleicht doch irgendwie seine Berechtigung hier was hast du es dazu sagen kein bock opi was ok machen wir 12.000 wer 600 hat das mitgenommen wait nochmal wer das für 600 hat das mitgenommen hat ne war das ein guter und normaler Preis was war anders wieso wird mir sowas nicht angezeigt davon zu weil ich kack ab jo ok das ist weg das gefühl das hier unten ist immer noch zu teuer dann lass mich halt abkassieren oh mein Gott weg weg ohne scheiß ne ich dachte nicht dass ich alles weg bekomme so gut wie ok sag ich nur noch das hier aber nochmal 1 was schon hm hm hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht hm lustigerweise das Geld reicht immer noch nicht aus dass wir uns alle die komplette Ausrüstung kaufen können hm ja was ist jetzt da nimm es mit danke es reicht nicht mehr ansatzweise das ist schon hart oh 1,5 schönes Ding Harry schönes Ding so ich habe fertig so hier hinten ist auch alles leer genau die 5 Batterien passt geil so muss ein so muss ein Arbeitsmarkt laufen finde ich sehr sehr gut finde ich sehr sehr gut das ist einfach wunderschön ne ja mein Geld scheiße das kostet zu viel so Ausrüstung können wir 192.000 nur wir können ja wirklich alles machen weg schön 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 so ja noch 84.000 wenn es jetzt noch drin ist dass wir es alles verbessern ja ah das könnte eng werden oder verbessern könnte eng werden saubern 192.000 die dinge und 192.000 pro hm ah schwierig und die brauche ich jeweils noch einmal ne ja hm zweimal noch ne scheiße na gut aber im endeffekt kann man oder kann ich jetzt dem Lümmel wenn ich nochmal in den Dungeon reingehe ihm einfach alles in die Kiste reinpacken und der kann es jetzt verkaufen was ziemlich geil ist ziemlich ziemlich gut ziemlich ziemlich knorkel würde ich fast sagen so ähm wir schlafen aber zum morgen weil ich mir nicht sicher bin wann das Spiel genau speichern jetzt so da des da in dem der